Wo bin ich denn da? Herzlich willkommen, ein fröhliches Morgen, zurück zu Gnarz, zu Let's Play Dragons Dogma. Ich habe das Spiel gerade gestoppt, ich war eigentlich auf dem Weg nochmal an dem Drachen vorbei und in diese komischen Grenzkavernen. Aber da kam mir auf einmal wieder dieser Greif entgegen und jetzt ist er auch unten, glaube ich, hoffe ich. Vielleicht fliegt er auch gleich wieder davon und ich, ähm, drück mal auf Pause. Jo, da ist er. Hey, hi. Oh, Kühner, hör mal auf da. Hey, warte mal. Na toll, jetzt ist er wieder weg. Jetzt hau doch nicht ab, wenn wir mit dir reden. Hallo. Können wir einfach abhauen? Das hat er letztes Mal auch schon gemacht. Klop. Ich muss da lang. Los, mach was. Jetzt ist er wieder abgehauen. Eine Flasche mit Öl. Der kommt doch nie wieder. Der ist weg. Wie kriegt man den Greifen? Der ist weg. Shit. Und ich habe auch nicht gespeichert. Ach, Mann. Ja, nee, habe ich jetzt keine Zeit für. Ähm, wir gehen zu den Grenzkavern. Ja, ja, ja. Don't worry, be wary. Hm. Ja, ja, ja. Goblin! Goblin! Alles klar. Kann mir mal jemanden... Dankeschön. Macht ihr denn da? Pfand getröten, oder was? Ja. Sag ich dann auch immer. Hat der nicht Verstärkung getrötet? Wo kommt die denn? Jo, moin. Okay, mach ich. Schön ins Gesicht gehauen. Oh. Der ist gerade abgegangen wie ein Zettchen. Ja. Coco, geh drüben. So können wir denn mal los. Ich würde gern mal... Nicht zum Drachen, aber ich würde ihn irgendwie vermeiden und wieder zu den Grenzkavernen kommen. Wenn wir da auf irgendeinem Wege wieder hinkommen würden. Hm, was ist das? Was war das? Keine Ahnung. Was ist das? Keine Ahnung. Da hinten. Ich wäre dumm, wenn ich das nochmal machen würde. Andererseits will ich ihn gern nochmal versuchen. Wir hatten ihn ja schon ein paar Punkte aufgezogen. Hm. Wir kämpfen noch etwas weiter. Wir spielen noch etwas weiter, bevor wir es noch einmal versuchen. Hallo. Das ist ein Sportprogramm. Was? Wo denn? Was hat der Nischirke da hinten? Gehen wir weiter. Halt. Kann man sich hier nicht aufladen? Hier macht euch mal voll hier. Genau. Ich könnte mit dem Händler nochmal reden. Vielleicht hat er was Neues. Äh... Was Neues? Was hat er denn Neues? Öl sprengen, Rähmungsfeilen. Äh... Kastanienzweig, Wolfspilz, Schatten, Gestreifte Echsenhaut. Gestreifte Echsenhaut. Ich habe das Gefühl, als ob ich das brauche. Äh... Ich nehme es mal mit. Äh... Ähm... So. Und zwar die Kalkan das nachher einkacken. Äh... Ich glaube, das brauche ich tatsächlich. Ich weiß aber nicht mehr, wer und wo. Kannst du irgendwas davon gebrauchen? Nö. Stich der Magiestab? Nö. Nö. Magieschleuder. Ne, die haben alle die gleiche Waffe. Schade, schade, schade. Was, 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 was? Hat er die Lederplatte? Äh... Die hat er noch nicht. Wieso hat er die noch nicht? Wieso hast du die Lederplatte noch nicht? Und warum sieht die genauso aus wie der Lederbrustpanzer? Aha. Okay. Ja, nimm davon noch einen mit. Wenn wir schon mal am Stöbern sind. Ah, okay. Du kannst ihn nicht nehmen. Aber den schwachen Schutz. Sonst noch was? Nö. Was war das? Eben. Melange. Armlinge. Melange. Auch nicht. Gut. Nur nochmal durchgucken. Wenn wir schon mal am Händler sind, dann können wir das ja natürlich auch ausnutzen. Ach, nordischer Hüftschutz. Ja, schick. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Hm. Ist aber schwer. Die Schuhe mal höher werden. Was war das da? Weißer in der Gelenkschule. Oh, nö. Nein. Ich möchte zur Kasse. Gestreifte Echsenhaut und eine harte Lederplatte. Harte Lederplatte. So, einmal anblühen. So. Sieht doch gleich viel besser aus. Zeit noch? Denk an. Sieht doch gut. Ich habe irgendwas getroffen, gerade ich... Oh, ich durfte es noch nicht sehen. Ja, 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 ganz ruhig, Freunde, ganz ruhig. So, wir brauchen nochmal den hier. Ja, alles klar. Er hat zwar gesagt, hinten, aber ich hau nach vorne drauf. Da lang. Auf meinen Weg. Was hat sie gesagt? Dwarfs? Zwergen? Das ist überlieb. Warte, ich lasse dich mal gerade aufheben. Ich muss mal grad was schreiben. Ähm. 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 Ich werde deine Hilfe restaurieren. Hör auf. So. Ein Echsen-Schwanz. Gut. Wo sind denn jetzt die Grenzkaveren? Oh, ich, äh... Das ist ja ein großer See, ne? Hatte ich den eigentlich überhaupt schon mal besucht? Kann ich da drin schwimmen? Test. Oder kommen ja auch die bösen Geister? Ja, ja. Alles klar. So, ich wollte mal ein bisschen am Wasser lang. Ich glaub, das hab ich letztes Mal nicht gemacht. Hm. Zu mir. Oh, hab ich mich erschrocken. Was war das denn gerade? Bisschen Feuer gefällig. Na, guck mal her. Der brennt. Was machst du denn da drin? Zu. Hm. Äh. Das ist der Teufelsglut Hain. Findet man hier irgendwas Besonderes? Habe ich das jetzt auf der Karte markiert? Seh, der Mühsal. Und da oben ist ein Haus, oder? Wenn ich da auf die Karte schaue. Warte mal. Das da? Ist das nicht ein Haus? Also quasi da hinten oben. Wir schauen uns mal ein bisschen um heute. Ich hab mal Lust, ein bisschen zu erforschen, zu erkunden. Oh Mann, ich hätte den Chat nicht offen lassen sollen während der Aufnahme. Das muss ich gleich nochmal antworten. Ähä. Ups. Was ist das hier? Wo mir liegt hier was? Zitterbeere. Da ist ein Korb. Warte mal. Garte mal. Äh. Ähm. Ja, sorry. Ist hier noch was? Ah ne, hier war ich schon. Okay. Äh, jetzt kann ich höchstens versuchen, hier nochmal durchzukommen. Aber ich glaube, hier war der Drache irgendwo. Deswegen gehe ich da mal lieber nicht hin, sondern direkt nach Westen. Oder doch? Sagte er und tat was anderes. Sehr schön. Oh, der Splendid. Ne, da unten wollte er nicht lang, oder? Ich meine, ich könnte ja auch mal speichern, oder? Hm. Einer ist gut. Na, dann komm mal her. Da mein Zauberer ist abgebrochen. Du Sack. Du Sack. So, noch einer um den Fahrschein. So. Hallo? Kann mal jemand helfen? Was? So, tschüss. Also, ein Sklingblatt. Also, ein Sklingblatt. Er ist ein wunderlicher, äh, äh. Da hinten ist der Drache. Zu mir. Sehr gut. Ich gehe mit mir. Ich bin auf meinem Weg. Wollt ihr etwa den Drachen wecken? Wollt ihr das? Wollt ihr etwa den Drachen? Entschuldigung. Ich habe mich da gerade an eine Filmpassage erinnert. Bin ich hier richtig? So, wir hatten sie noch nicht hier auf dem Paket. Das ist die Stimme, ne? Ich muss einfach, wenn ich die irgendwann abgebe, muss ich auf die Stimme zurückkommen. Unbedingt. Und die vielleicht irgendwie einen Husten, Hustendrops oder irgendwie sowas mitgeben. Schade, dass man keine persönliche Nachricht schreiben kann. Glaube ich jedenfalls. Denn doch, korrigiert mich. Das muss ich machen. So, da wären wir, glaube ich. Hier sind noch ein paar Schweine. Ja, ja, wir müssen einfach nur zum... Oh, es kommt schon. Stückchen noch. Stückchen. Genau, rein, wir einfach vor. Danke. So, ich glaube, ich habe schon 20 Minuten aufgenommen, ne? Bin ich hier richtig? Na, guck mal, ich fülle mich auf. Ob hier ein Händler irgendwo drin ist? Haben sich die Soldaten hier mittlerweile eingerichtet? Wäre ja interessant zu wissen. Wir besuchen mal die Grenzkarrieren. War das hier unten? Könnte sein, ja. Oh. Hat er gespeichert? Natürlich nicht, dann mache ich das. Speichern und fortfahren. Ich mache heute einfach mal eine lange Aufnahme. Oh. Na, Jungs, wie geht's heute? Hier, was ist das? Wer ist denn noch? So. Ich bin in einer Höhle, hier geht's mir gut. Schon wieder? Könnt ihr nicht mal ruhig sein? Was hat er gesagt? Hat er gar nicht so gut gesagt? Oh. Oh, moin, ne? Hm. Hat auch gar nichts. Was bekämpfst du da? Oh, ich seh nix. Ja, das war nett. Wir waren ja schon mal. Und ich sollte vielleicht mal die Lampe anmachen. Ich hoffe, wir finden etwas, was uns wartet. Ich hoffe so, ich hoffe so. Die Garten sind örtlich. Und wenn man nur in die Höhle geht, kann man einfach nur in die Höhle gehen. Ein brillanter Halt! Ja, danke. Eigentlich kann ich hier stehen bleiben. Locker. Schön hinter dem erschießen. Da sind noch ein paar kleine Orks. Äh, Goblins. Ich finde das gerade super. Mir passiert überhaupt nichts. Einfach nur draufhalten. Musik fehlt mir gerade ein bisschen. Der ist fällt gerade auf seine... Oh, der ist mit seinem... Gemä... Schön, der geschossen. Mit dem Gemächt ist er in die Stachelgeule gefallen. Ups. Ja. Ja. Jetzt kann er wenigstens Arjen singen. Komm, wir gehen mal ran, oder? Sonst ist das ein bisschen Fahrt. Gelände der Prüfungen. Kann ich da raufgehen? Hat das schon mal kaputt hier? Ja. Kerkel, ein Goblin. Hm, ein Goblin. Das ist ein Zyklop. Komm, weiter. Ja. Na, noch einen. Komm. Top hat den Helm verloren. Da lang. Auf mein Weg. Ach, wie schön. Komm, einmal an den Hintern. Das ist Armour. Armour. Sie sagt nicht Armour. Sie sagt Armour. Vielleicht kommt sie euch nach. Ich weiß nicht. Joa, ist auf jeden Fall anspruchsvoll. Was sagst du so? Hey, der stand auf einmal wieder. Hier, Schüss. Geh doch mal da hin. Geh doch mal da lang. Kühner, was machst du denn hier? Oh, der fuck ist aber schön. Hey. Hey. Ja, ja, Chance. Ja. Hier, friss das. Ich glaube, es wird Zeit für Eis. Ja, cool. Ach, die Karschen sind ja mehr. Das ist aber schön. Ich dachte, du machst mit. Ich stehe da nur rum und gucke. Schön auf den Helden. Danke, danke. Schuss. Nee, 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 nee. Wollte ich nicht. Ah, gut, jetzt habe ich ihn doch. Danke. Das Armor. Armor. Was sagt der? Ich sag immer Armor. Ich hab mit O geschrieben. Nee, nee, nee. Ich will das nehmen. Danke. War ich nicht die Kiste? Da. Augenklar. Boah, sowas Gutes. Große Nutz. Hm. Kann man hier nicht durch? Da kommt da noch was? Sieht nicht so aus, ne? Hm. Gut, ich denke, damit haben wir den Auftrag erledigt. Meine Folge, sie ist schon viel zu fortgeschritten. Ich nehme noch die Kiste mit und dann würde ich sagen, langen Bogen nach Maß. Was ist das? Silberne Figur, die ihren Besitzer berechtigt, mit einem begabten Handwerker Geschäfte zu machen. Hm. Och, schade, kann ich nicht nehmen. Vielleicht skill ich doch noch mal um auf Bogenschütze, aber dann ist dieser schöne Zauber weg. Oder etwa nicht? Sagt es mir, ich weiß es nicht. Vielleicht behalte ich auch alle meine Zauber, wenn ich die Waffe dafür habe. Was nimmst du da? Was war das? Äh, ja. Wir brauchen einen Weg durch die Gate, um zu der Schütze zu kommen. Aber wie? Einen Weg durch die Gate? Aber wo ist der... der Level... Level? Hebel? Der Level? Der Level? Gut. Ich kann mich ja noch was angucken. Das sieht interessant. Ja. Ich gehe noch mal hoch. Wie soll ich denn in diese Tür da reinkommen? Oh, warte, da oben. Kann ich mir andere Ebenen anzeigen lassen? Hm. Ich denke nicht. Müssen von... Müssen da irgendwie hergekommen sein. Ist denn hier irgendwo ein Loch irgendwie drunter oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann hier gerne einmal im Kreis rennen, aber ich glaube, hier gibt es nichts Neues für mich zu sehen. Hier war der Zyklop. Man muss da oben irgendwie hinkommen. Muss ich da was anschießen vielleicht? Nö. Muss ich vielleicht hier was hinterschießen? Einfach mal testweise. Sieht auch nicht so aus. Das Tor muss hier irgendwo zu öffnen sein. Gut. Ich mache erst mal ein Päuschen. Das nächste Mal versuchen wir es dann hier an der Stelle weiter. Beziehungsweise, ich glaube, ich werde erst mal zurück nach Grand Soren gehen und dann machen wir dort irgendwie weiter. Also, ciao. Bis zum nächsten Mal.